Ja, wir sind wieder back! Hallo, Hallo! Hallo! Du bist voll motiviert! Das ist Sonjo! Hallo! Im Bus! Im Bus! Geradeaus! Sonjo lieber, im Bus! Bus bauen! So! Und der Duplow ist ein schlechter Korb, aber ein guter Taucher! Ja, blubbern kann man! Blub, 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 blub! Hallo immer! Blub, 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 blub! Wir haben nur Kamier. Ach, du scheiße! Oh Gott! Wo bin ich? Hier oben! ich bin auf jeden Fall mit Schlumpfini hier. Wir brauchen Reis. Reis? Ähm. Wo ist das Ding? Ach, Reis. So, ich hab Reis. Nee, der Reis muss runter. Ach, der Reis muss runter. So, wir brauchen Fleisch, haben wir schon. Reis, Fleisch und zum Brot. Hier, drauf. Hier auf den Teller. Hier. So. Und Reis. Hier, Reis. Da muss Reis drauf auf dem Fleisch-Ding. Ja, der brauchen wir. Und hier muss einmal Fleisch auf das drauf, okay. So, komm her, du kack-Ding. So, hier. Hier muss dann Fleisch drauf. Huch! Huch! Ja. Hallo! Ah, der Verweigerung. Nee, hier liegt doch Fleisch. Ja. Das war übrigens kein Fleisch, was du danach hattest, Nuglo. Das sah aus wie Reis oder so. Ich verweiger heute in die Arbeit hier. Das ist doch nicht, die Kündigung wird eigentlich reich. Das müsste... Nein! Warum? Hast du das Fleisch weggeschmissen? Wer schmeißt das Essen zu den Kunden? Wir wollen noch Hühnchen. Ja, ja, ja. Aber wir brauchen nicht abwaschen. 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 Und super! Mach das Hühnchen dann drauf und dann weg. Damit gleich. Jawohl, Chef. Supi. Komm, 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 komm. Ich bin eine Hühnerfrau. Au! Danke! Bitte! Blum, 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 blum. So, ich schneid mal einen Huhn. Ich brauch Reis. Du brauchst Reis? Ach, Reis im Kochtauf brauch ich. Du, Sonja hat's kaputt gemacht. Hat er kaputt gemacht. So, ich brauch immer noch Reis. Gekochten Reis, bitte. Hier, ein Taco. Hier. Äh. Gekochter Reis im Taco, bitte. Ja, hab ich doch hier stehen. So, da hab's abgegeben. Sogar zweifach. Ich brauch Fleisch. Das Fleisch. Da ist fertiges Fleisch. Stefane. Ich hab hier da Tacos fertig. Drei Stück sind mit Reis und Tacos fertig. Müsst ihr nur noch? Gib her das Zeug. Abgeben schnell. So. Reis, Fleisch brauchen wir. Fleisch haben wir. Wo ist Reis? Ja. Alle schon hier im Taco vorbei. Tacos. Oh Reis. Warum? Danke. Oh nein. Hier hinten steht er. Bin verwirrt. Da liegt reis am Boden, wer macht denn sowas? Äh. Fleisch, das und Reis. Was ist denn hier los? Äh. Wieso kann ich mich nicht mehr bewegen? Ich weiß nicht. Dein Dings vielleicht irgendwas. Disconnected. Weiter mit Leertaste. Ich bin nicht weiter mit Leertaste. Aber jetzt wieder. hier. Hier brennt Reis halt. Ja, neben Bruder. Da steht das halt. Ich bin auch falsch. Mensch. So, wir haben immer noch kein Problem. Okay. Das ist bestimmt immer so einfach. Wir haben ja Zugriff zu allen Sachen eigentlich immer. Aber wie raten wir das? Das ist eben das. So. Jetzt nochmal los, Leute. Jetzt noch mal. Reis, Hühnchen. Mehr brauchen wir nicht. Okay. So. Du bist erstmal baden. Gut. Und du schweiß doch tun mit Wasser. Einmal die waschen. So, ich brauche noch Reis. So, ich brauche noch Reis. So, ich brauche noch Reis. Reis muss getrocknet werden. Ja, meine ich auch gerade gucken. So, wir brauchen noch zweimal Reis und einmal Fleischkanzel direkt machen. So, wir brauchen Reis. Reis und Brot. Ja, hier ist Reis und Brot schon einmal fertig. Einmal. Ja, warum? Wo geht denn das dann hier schon wieder schwimmen, ey? Weiß ich nicht. Immer Urlaub hier machen, diese Fäulen. So. Da ist Tacos mit Reis. Ich habe meinen Teller abgewaschen. Sehr gut. Und die gleich mit, ne? Waaah! Wir haben ja immer noch Fleisch. Irgendwo fehlt Fleisch. Tacos auf den Teller. So, jetzt brauche ich Reis und Taco. Reis und Taco. Zwei Stückchen fertig. Ich komme, holen. Bleib oben. Ich geh. Ähm. Warum geht der immer Schwimmen? Ja, weil ich jetzt kann. Das ist während der Arbeitszeit nicht gestattet. So, Taco her. Nächstes mit Hühnchen. Das Hühnchen ist fertig. Da hab'n Teller wieder drauf. Und ich geh' jetzt zurück. Reis, Ruben. Heu. Weiß, Schwimmen ist nicht erlaubt. Wir sind da mit frei. Heu. 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 So, ich hab hier einmal Fleisch auf Pfanne, Reis und Brot brauch ich, da, 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 ist hier, Reis und Brot ist hier, oh kann ich nicht, Fächer rauf, da, da, was machst du? Jetzt, los, weg, weg, geht das nicht. Einmal es brennt hier. So, ne Pfanne brauch ich. In der Mitte hab ich immer Reis, weiter hingestellt, die Tacos-Dinger da. So, da muss Huhn rein, in die Pfanne. So, jetzt braucht er Reis, äh, Taco und Reis. Ja, da. Genau, da muss das Hühnchen drauf. Ja. Fischenpunkte brauchen wir noch, sonst läuft hier nichts mit Mama. So. Hier ist noch ein Teller. So, der ist fertig. So, wir brauchen Reis und Fleisch. Reis und Tacos oben, einer. Fleisch, einmal Fleisch, bitte schnell. Das schaffen wir noch, los. Los, 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 los. Trappen, trappen. Und das andere ist auch nochmal Fleisch. Warte mal, das können wir auch noch machen. Weg damit dann. Ja. Nein, ohne Fleisch. Nein! Ich bin nur ein K. Die 550, 540 hätten wir haben können. 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 Hätte, hätte, hätte die Fahrradkette, die Duplorina, das falsch nicht. Äh. Vergessen. Oh, jetzt muss man, oh, oh. Jetzt kriegen wir Ärger, jetzt kriegen wir wieder Ärger bestimmt. Warum ist das so komplex hier? Das wird noch komplexer, warte mal ab. Keine Frage, ja. Alter, der ist früh am Morgen. Der kriegt nicht mein Gehirn dort beanspruchen. Früher am Morgen. Hier, wir sind wieder bei den Unbroten. Bei den Unbroten. Im Thronsaal? Ja. Aller Fresse halten zuhören. Hallo, Meister. Wuff. Wer ist da? Komm ruhig her, wenn du. Oh Gott sei Dank. Ihr seid es. Und wie vereint auf einmal aussieht. So kooperativ. Ja, das haben wir gesehen. Wir werden rasend schnell stärker und stärker. Aber die Unbroten sind immer noch übermächtig. Duplot ist keine Schmerzen. Oh je. Er ist ein Fisch. Oh je. Ich sehe es gerade. Oh je. Anscheinend müssen wir euch in die verflugten Sümpfe im Süden schicken. Ich weiß angeblich kehrt niemand je aus den Sümpfen zurück. Aber es ist verzweifelte Zeit. Und ihr seid ja so tapfer. Die größten Helden am Erd, die man je gesehen hat. Alles klar. Der meint wohl nicht uns. Nichts kann euch aufhalten. Außer vielleicht das besessene Baguette. Das Kevin den ganzen Morgen herum gejagt hat. Wir werden diese Rote aufhalten. Und jetzt los. Und die streicheln. Keine Angst. Wir halten uns gegenseitig auf. Der Kunkie ist immer am Winken. Immer am Winken? Wir halten uns schon gegenseitig auf. Keine Sorge. Guck mal in Berger. Oh 4-1. Ja. Einfach leveln. Einfach mal. Ist die Straße? Oh gefährlich. Eine rote Ampel? Oh oh. Ich kenne dieses Level noch genau. Ich schneide das Zeug fertig. Macht alles fertig. Ich mach schon mal Reis rein. Und das muss hier drauf. Gurke damit auf den Teller drauf genau. Habe ich. Und Fisch. 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 Ich schmeiß nicht weit genug. Hier. Huch. Fisch. Warum schmeißt du die Scheiß zurück? Ich mach den Schnappdrücke. Erstmal nur das Ding. Ja. Bitte. Weg. Wir haben keine Teller. 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 Nein. Oh Cocky. Was? Kein Reis. Wir brauchen doch nur einen so blöden Schrimp. Achso. Ach muss ich mal gucken. Ja haste eigentlich. Du musst nur mal gucken. Teller. Du brauchst noch einen Teller. Ich hab keinen Teller mehr. Jetzt hab wir aber keinen Teller mehr. Kriegen wir das große noch fertig? Kriegen wir das fertig? Was fehlt da? Fisch. Was fehlt denn? Fisch wieder auf. Hier. Hab ich. Nee. Fett nicht drauf. Gurke. Nein. Gurke fehlt da. Komm hier. Gurke fehlt da. Stell hin. Ja. Ja. Weg. Weg. Ich geh aus dem Weg. Ich hab hier keinen Platz mehr. Oh oh. Wolltest du überfahren? Du geh mal da. Überfahren. Machst du den Abwasch finden bitte gleich mal? Warum ist eigentlich immer alles hier? Bei uns. Warum bin ich jetzt da gespawnt? Ich bin noch etwas weg hier. Ich brühe euch jetzt halt auch. Ja. Soll ich den Ball überfahren? Ja. Mit Teller den ich abgeben wollte. So siehts aus. Ähm. Was macht ihr eigentlich? Ich bin grad nicht durch. Ich schreck das schon. Ich klebe euch das Zeug rüber. Ja. Weil sonst landet das hier drüben in dem Schredder. Nein. Ich drück überfahren nicht mehr auf. Fliegen wir nicht mehr. Ich bin nach Hause. Ich war zweimal überfahren. Das ist. So. Das hab ich jetzt klein gemacht. Wieso ist er reißen Fisch drauf? Ist auch falsch. Jetzt gibts ab. Gibts einfach ab. Bitte. Wir machen den Schei. Weiß ich auch nicht. Oh. So wir brauchen einmal Schrimps. Einmal Fisch. Minus sieben. Ja. Ne lass. Bisschen noch schneidig. Schneidig machen. Warte mal. Blablabla. Blablabla. Aber jemand tut. Ich hab's gesehen. Ich muss nen Unfall melden. Ich will nicht mehr. Ich lauf weg. Geht nicht. Wo ist der Ausgang? Was will weg? Hm? Der Strenkos Machen mal an hier. Jawohl. Neustart. Neustart. Minus 42. Minus 44. Komm drückt. Neustart. Ja Chef. Ja fertig werden. Ja jetzt kontiniert. Kontinieren. Bitte nur einmal Schrimp. Ein Schrimp bitte. Ein einzigen Schrimp. Hab ich. Vielen Dank. Der kommt geschnitten. Dann auf Teller und weg. Ja. Ja fertig. Bitte abgeben. Und passt auf die Autos auf. So. Nächste ist mit Reis. Und hier Reis. Dann kann man das schon mal hier drauf machen. Die Gurke schneiden. Oh oh. Auch mit drinne. Drauf. Und einmal Reis. Entschuldigung. hier abgeben. Ja Chef. Nächste ist wieder mit Reis. Hier ist ein Teller. Nichts draufschmeißen hier was hier nichts drauf suchen hat. Geh. So hier. Und. Halt. Und hier. Und dann mach ich Gurke. Hier abgeben. Abgeben. Ich muss mich krank melden. Ich muss mich krank melden. Abgeben. Abgeben. Ich muss in die Notaufnahme. Sag ich nicht schon überfahren. Hey. Abgeben gleich. Abgeben. 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 Und das nächste ist wieder mit. Verlönts. Guck da ist diese professionelle Gameplayer. Gern. Da. Herd. Ich hab. Ach du hast du. Hast du. Da. Ähm. Teller. Da hin. Wir haben doch schon Teller hier. Ja. Mach dir bitte nicht so voll. Sonst blicke ich hier nicht mehr durch. So wartet. So hier ist schon mal Reis drauf. Da kam das Fisch drauf. Hier ein Teller. Also ein Fisch. Und einmal so ein Ding hier. Hopplatt. Und weg damit. Nächste ist nur Fisch. Ja hab ich. Mach ich fertig. Mach ich fertig. Mach ich fertig. Tanda hab ich. Hallo. Ich mach fertig. Dann müsste ich ein. Mein. Nächstes ist eine Gurke. Reis. Ja. Jawoll. Und die Gurke hier einmal drauf. Weg. Weg damit. Brauchen wir jetzt noch. Ach nur ein. Jetzt brauchen wir einen großen Teller. Also großes. Das ist schon. Einmal das. Einmal die Gurke. Einmal Reis. Reis ist fertig da oben. Ja. Und einmal Fisch. Nein. Nein. Fisch. 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 Ich wurde überfahren. Fisch. Nur noch den Fisch hier drauf dann. Und dann weg. Dann nehm den Fisch da raus. Ja. Weg. Weg. Ja. Nein. Fisch vergessen. Du hast den Fisch vergessen. Fisch. Komm her. Moment mach ich. Moment. Moment. Gut gespielt. Gut gespielt. Gut gespielt. So. 18 Minuten. Eine Folge. 18. Bei 20. Ja. 18 sind wir. 18 sind wir. Bei 35. 12. 12. Oder hast du jetzt was? Ja. Ich bin verwirrt. Nächste Szene machen jetzt. Alles klar. Wir machen nächste Szene. Tschüss. Tschüss.